Ach wisst ihr, so eine Gesichtserkennung wäre doch eine tolle Sache, oder? Da könnte man so viele tolle Sachen mitmachen. Zum Beispiel tracken, wer sich gerade am Bahnhof befindet. Oder auch Gesichtern auf Bilder zum Beispiel ausblönen. Das wäre eine ganz neue Anwendung dafür. Nehmen wir uns heute genau diese wunderschönen Bilder vor und wollen hier einmal kurz erkennen, wo sich eigentlich ein Gesicht befindet. Cool, das Ganze machen wir natürlich in Python und Ziel ist nicht mehr als 20 Zeilen Code dazu zu brauchen, weil wir sind intelligent und nutzen fremden Code natürlich mit. Doch bevor wir starten, möchte ich euch noch eine kurze Sache mitteilen und zwar von der FHDW und mir zusammen gibt es demnächst ein neues Event. Die Fachhochschule der Wirtschaft will euch Programmieren beibringen, sozusagen als perfekte Vorbereitung für euer Studium. Und natürlich bieten sie auch selbst dann ein Studium an, das sogar von einer Firma übernommen wird, weil es ein duales Studium ist. Aber mehr dazu könnt ihr dann wirklich auch dort erfragen. Es sind mehrere Veranstaltungen geplant und zwar fängt das erste Event am 31. Mai um circa 14 Uhr an und geht so bis 17 Uhr. Ihr braucht absolut keine Vorkenntnisse in Python oder sonst einer Programmierung oder Programmiersprache. Und wir wollen gemeinsam Snake entwickeln, das berühmt-berüchtigte Handyspiel. Und danach gibt es noch weitere Events, aber das klären wir dann vor Ort. Und natürlich werdet ihr dort auch betreut von der FHDW und natürlich mir. Und ja, wir wollen euch da einfach Python ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr habt da definitiv Bock drauf. Schaut deswegen gerne mal in den Link unten in der Beschreibung. Und ja, wir hören uns spätestens dann. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Projekt. Wir wollen ja aus meinem wunderschönen Gesicht, ich zeige das nochmal kurz, wollen wir ja rausfinden, wo eigentlich Gesicht ist und wo nicht. Und dieses Gesicht wollen wir am besten auch dann einrahmen. Daraus kann man dann natürlich noch sehr viel mehr machen. Es geht hier erst mal um die Grundlagen. Wir wollen allerdings nicht alles selbst entwickeln. Wir wollen natürlich eine Library benutzen, so wie man das in der Programmierung üblicherweise macht. Und dazu benutzen wir OpenCV. Importieren können wir das als CV2. Und genau diese Library, falls ihr sie noch nicht installiert habt, könnt ihr sie natürlich installieren. Hier unter Python Packages. Wir benutzen hier die PyCharm IDE. All das findet ihr in meinem Python-Kurs. Wenn ihr wollt, guckt da definitiv mal rein. So, hier drin können wir OpenCV einmal installieren, also OpenCV Python und das dann hier importieren. Das ist eine Bilderkennungssoftware, beziehungsweise Bilderkennungsbibliothek. Und die ist quasi der Standard, wenn man Bilderkennung durchführen möchte. Auch natürlich Gesichtserkennung. So, was wir machen wollen, ist, wir wollen die Kamera abfragen. Ja, das ist mein schönes Gesicht und da muss das natürlich auch herkommen. So, das heißt, wir sagen hier einfach mal Capture für Kamera oder sowas und bekommen das unter CV2. Das ist unsere Bibliothek. Video Capture. Und unser Video-Eingabe-Gerät sollte, ich glaube, es ist die Kamera 0. Bei den meisten von euch wird es die Kamera 0 sein. Es könnte bei mir auch die Kamera 1 sein. Das kommt darauf an, wie mein System das sortiert. Im Zweifelsfall müssen wir das nochmal kurz fixen. So, und ja, dann wollen wir hier eine gewisse Kaskade drauflegen. Und diese Kaskade, Cascade, die müssen wir uns runterladen. OpenCV stellt euch einen ganzen Haufen solcher Bibliotheken zur Verfügung. Und zwar unter opencv.data.harcascades. Hat nichts mit Haaren zu tun, habe ich mir sagen lassen. Aber damit kann man wunderbar Gesichtserkennung machen. Und es gibt relativ viele davon einfach schon vorgefertigt. Für euch, die meisten sind echt alt. Aber seit zwei Jahren gibt es auch Katzengesichtserkennung. Kein Witz. Probiert das gerne mal aus. Ich könnte eigentlich meine zwei Katzen auch holen. Hm, lasst uns das vielleicht ein andermal machen. Heute wollen wir mein Gesicht erkennen. Und deswegen wählen wir hier das Frontal Face Default. Ihr könnt natürlich auch sowas wie Profil benutzen. Kann man es von der Seite erkennen. Aber es geht uns ja eigentlich um die frontale Gesichtserkennung. Und das ist das, was wir hier haben wollen. Das klicken wir mal an. Das dauert. Gehen hier auf Raw. Und haben dann die Reihen XML, die wir runterladen können. Habt ihr das gemacht, findet ihr unter eurem Project, unter den Files, das Harkiscade Frontal Face Default. Und das wollen wir jetzt hier drin nutzen. Nämlich mit cv2.ciscade Classifier. Und hier nutzen wir einfach dieses Frontal Face Default. Ups, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur den Pfad kopieren. So, der Pfad. Path from Content Roots. So, den hier wollte ich haben. Und ja, damit kann ich jetzt tatsächlich schon Gesichtserkennung machen. Das ist relativ simpel. So, jetzt habe ich ja schon mal meine Kamera, die ich aufnehmen muss. Und meine Gesichtserkennung, die ich anwenden muss. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, hey, mach mal Gesichtserkennung, bis ich keine Lust mehr habe. Das heißt, while true. Als nächstes muss ich natürlich hier erstmal das Kamerabild lesen. Das heißt, ich rufe capture meine Kamera.read auf. Was lese meine Kamera bedeutet ungefähr. Und speichere mir das in Variablen, die ich später verwenden kann. Allerdings kommen da zwei Sachen bei raus. Und das erste kann ich wegfallen lassen. Das brauche ich nicht. Das heißt, wir sagen hier Kamera und nichts vorne dran. Das enthält jetzt mein Bild. Oder ich kann es auch einfach IM nennen für Image. So, und jetzt kann ich hier drauf tatsächlich schon meine Gesichtserkennung anwenden, wenn ich das möchte. Es ist allerdings meistens ratsam, Gesichtserkennung auf Schwarz-Weiß-Bildern durchzuführen. Deswegen sage ich hier Image-Grey. Und lasse hier rüber CV2.convert-Color laufen. Convert-Color bedeutet, von meinem IM, von meinem Bild, möchte ich gerne aus einem Farbraum in einen anderen Farbraum wechseln. Das heißt Color BGR2Grey. Ja, das heißt Rot-Grün-Blau. Nur falschrum. Rot-Grün-Blau in Graustufen. So, und das ist jetzt mein fertiges Bild. Das ist jetzt mein Graustufen-Bild. Und das möchte ich erkennen. Wir lassen die Zeile nachher mal raus und gucken dann, wie gut das Ganze ist. Das sollte in den meisten Fällen trotzdem immer noch wunderbar funktionieren. Okay, jetzt, wie machen wir das? Naja, wie wenden wir denn eigentlich die Frage an, wie wenden wir die Kaskade hier bei unserem Bild an? Und die Kaskade ist eigentlich eine sehr simple Sache, denn die liefert euch einfach Orte, wo diese Gesichter sind. Das heißt, wo sie sich gerade befinden. Und zwar wäre das in unserem Fall Faces zum Beispiel, ist gleich Kaskade.detectMultiscale. Ihr seht hier, es gibt Multiscale 1, 2 und 3. Wir können einfach Multiscale 1 benutzen. Das passt wunderbar. Und nehmen unser EMGrey hier rein. Und schon sind wir sozusagen fertig. Das war sozusagen die Gesichtserkennung. Jetzt gucken wir mal nach, was da eigentlich drin ist. Beziehungsweise genauer gesagt, wir gehen einmal, das wird eine Liste hier, weil es können ja mehrere Gesichter drin sein. Und hier wird quasi ausgegeben, wo sind diese Gesichter? Also jedes einzelne Gesicht hier drin. Das ist eine Liste aus Gesichtern. Jedes einzelne Gesicht hier drin hat vier Werte. Erstmal einen Startwert auf der x-Koordinate, einen Startwert auf der y-Koordinate, eine Breite und eine Höhe des Gesichts. Und das alles ist in Faces drin. Und zwar für jeden Eintrag in Faces. Das heißt, diese Liste sieht im Endeffekt so aus. Wir haben eine Liste. Und hier steht von 0 bis, äh, von 0,0 bis 500, 500 ist ein Gesicht. Das nächste Gesicht ist von 650, fängt es an, bis, äh, und bei 700 auf der y-Koordinate fängt das an. Und es ist auch 500 auf 500 groß. So kann ich quasi mehrere Gesichter auf einmal erkennen. Das sind einfach dann zwei Gesichter drauf. Kann ja sein, dass vielleicht mehr als nur eine Person im Raum ist. Also nicht bei mir, aber könnte ja bei anderen Menschen passieren. So, was wir jetzt hier machen ist also folgendes. Wir wollen diese Gesichter einrahmen. So wie ich das auf meinem wunderschönen Screenshot hier gemacht habe. Da soll bitte was raus. Und es soll bitte gerade sein. Nicht so hässlich wie bei mir gemalt, sondern ordentlich. Deswegen machen wir ein Rectangle auf unser Originalbild drauf. Unser IM. Dieses Originalbild haben wir ja nicht verändert bisher. Wir haben nur ein neues erstellt in Graustufen. Also sagen wir hier CV2.Rectangle. Äh, Reacttangle. Genau, ich habe zu viel programmiert offensichtlich. Und hier reinpacken wir das normale Bild. Wir sagen, wo dieses Rectangle anfangen soll. Also an Stelle x, y. Das wollen wir ja als Startpunkt haben. Und wir wollen von bis gehen. Das heißt, wo hört denn das Ganze auf? Wir können jetzt hier nicht Breite und Höhe reinschreiben. Sondern wir müssen die Stopp-Koordinaten einfügen. Jetzt überlegt euch mal, wo denn die Stopp-Koordinaten sind. Wenn ich bei 0,0 anfange und 500 breit bin und 500 hoch. Dann höre ich auch bei 500, 500. Wenn ich bei 650 anfange und 500 breit bin. Dann höre ich bei 650 plus 500 auf. Also schreiben wir hier x plus die Breite. Und y plus die Höhe auf. So, das ist quasi wo wir sind. Und wir wollen, was wollen wir denn malen? Welche Farbe hatten wir denn bisher? Wir hatten Blau. Also sagen wir hier, Color ist gleich 0,0,255. Ich hoffe, das ist Blau. Und wie breit wollen wir das Ganze haben? Thickness machen wir 5. Ja, wir wollen ein fettes Bild haben. Und dann sagen wir hier auch schon cv2.imshow. Ihr könnt das Ganze natürlich auch speichern. Aber ihr müsst nicht. So, beenden kann man das Ganze natürlich auch immer wieder. Da gibt es einen Trick. Den haben wir schon 150.000 Mal hier benutzt. cv2.waitkey von 1 gleich gleich Ort von Q. Das haben wir schon mehrfach gemacht hier. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Und dann machen wir hier ein Break, was unsere Wild-True-Schleife breakt, also beendet. Und hier unten nehmen wir Capture, also unsere Kamera. Lass die Kamera wieder frei. Wir haben sie ja gefangen genommen. Und sagen hier cv2.destroy all windows. Und beenden damit das Ganze. So, und jetzt lasse ich das mal laufen. Und wir schauen, wo unsere Gesichtserkennung eigentlich ist. So, da sind wir. Das ist die Gesichtserkennung. Sie, offensichtlich funktioniert sie einigermaßen gut. Aber mein Bart wird nicht erkannt. Bart. Gesicht. Tja, Menschen mit Bart täuschen offensichtlich Gesichtserkennung. Hättet ihr es gedacht? Ich nicht. Und offensichtlich ist mein Hintergrund auch ein bisschen Gesicht, I guess. Aber, ja, insgesamt funktioniert das ziemlich gut. Wenn wir hier mal die Sachen wegmachen, die unnötig sind, dann landen wir am Ende bei 14 Zeilen Code. Und, ja, das könnte man natürlich auch noch kompakter machen. Aber so finde ich es tatsächlich sogar sehr, sehr gut lesbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dabei. Und, ja, wir gucken uns an, was wir mit Gesichtern noch so alles Schönes machen können. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.